Es ist eine neue Studie herausgegeben worden von namhaften und führenden Kriminologen des Landes, darunter auch von Christian Pfeiffer. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass es eine deutliche Zunahme gegeben hat an Gewalttaten, an Kriminalität durch mehr Zuwanderer. Und die weist, wie in Niedersachsen auch in Berlin, eine deutliche Zunahme von Gewalttaten durch Flüchtlinge aus. Insgesamt stiegen die Rohheitsdelikte von 2015 auf 2016 auf 3.427 Fälle, also um 83,5 Prozent. Bei Körperverletzungstaten sieht es noch drastischer aus. In 2016 kletterten sie auf 2.599 Fälle, eine Zunahme von 94,7 Prozent. Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben sich die Delikte von 72 auf 141 fast verdoppelt. Wenn junge, männliche Zuwanderer, deren Asylanträge abgelehnt wurden, die also keine Chance haben hier zu bleiben, wenn sie die als eine besondere Risikogruppe ausgemacht haben, was ergeben sich denn daraus dann für Schlussfolgerungen? Allein im letzten Jahr hatten wir 327.000 Personen, denen wir die rote Karte gezeigt haben. Keine Anerkennung eures Asylbegehrens, ihr müsst wieder nach Hause. Hoher Frust? Was können wir da tun? 200.000 versuchen noch ein bisschen Zeit zu retten und haben die kleine Hoffnung, dass sie auf dem Gerichtswege Erfolg haben. Aber wenn auch das geklärt ist, dann haben wir ein großes Potenzial von unzufriedenen jungen Männern, überwiegend ohne Familien, die hier schon für Unruhe und Probleme sorgen können. Und was empfehlen Sie da der Politik? Was muss da passieren? Im letzten Jahr gab es gegenüber diesen 327.000 roten Karten nur 22.000, die ausgewiesen wurden, nur 27.000, die freiwillig gegangen sind. Beides muss wahrscheinlich intensiviert werden. Vor allem in der freiwilligen Perspektive sehe ich gute Aussichten, wenn wir da eine neue Politik einschlagen, einen neuen Weg. Die CSU hat interessanterweise da den ersten Hinweis gegeben und wird das wohl in der nächsten Woche auch vorschlagen, dass man den Ländern, aus denen diese jungen Männer kommen, dass man diesen Ländern sagt, okay, wenn ihr gar nicht kooperieren wollt, sieht es auch nicht so gut aus mit Entwicklungshilfe. Wenn ihr aber die jungen Männer zurücknehmt, dann helfen wir euch dabei mit großer Entwicklungshilfe, dass ihr denen Perspektiven eröffnen könnt.